Hallo, wir wollen hier in der Woche sechs Jahre lang, und wir haben das erste Mal in der Woche, so ein bisschen, wie sie uns mal hier haben. Also es sind kleine Kinder, ich war jetzt, das ist eine Geschichte über Wachsen, allerdings, ich würde es sagen, das ist ein nicht erwachsen, wo das Kind, das in einem großen Schlauen durch die Welt geht, dann ist das ganze Hochschul natürlich auch nicht anders. Das ist ja nicht fantastisch, wo wir hier in der Schule gehen, wir haben hier komplett in der Schlauze schon, die sind nicht in der alten Kindheit, wir hören jetzt aber 3 Schulen bei uns. Es gibt kein Village, in dem ein ganzes Reich versteckt ist. Ich fand die erste Hälfte wirklich gut, obwohl es nicht so eine große Geschichte wie Harry Potter hat, kommt da oft das Harry Potter-Feeling hoch. Da steht ganz viel Mariette drin. Danach wird sie ein bisschen zu düster und ein bisschen zu wirken, dass nicht immer wirklich erschreckt, ein warme Fuselächter wird. Da kommen mehrere entstellte Leichen drin. Aber man denkt, dass der Film der Altersfreigabe von sechs Jahren hat, fand ich das so wirklich erschreckend. Also ab zwölf Jahren bekommen die fantastischen Tierwesen, die sich zu finden sind. Vier Sterne von fünf von mir. Aber bitte, bitte legen Sie keine Kinder mit den zwölf Jahren mit ins Kino. Auch wenn an der FSK von sechs sind, die auch unterlaufen zu leben, den Kinos sind. Fantastische Tierwesen. H煎stämmen måste der Leute aplicieren. Wir bringen erst x den R Infantern im Koral的时候 zu einem Radfahrer zu gehen, hier ist nah- characteristics v безопасặn tr SK beschäftigt hier. Und vielleicht wäre noch eine neue Branche. Der Pflegeцы sind fast in die Alt disappear. Ohne southrioele whereby die Flasen gest prohibigt wunderschörende seiden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020